Willkommen zu einer neuen Episode von Custom Scooter Creations und diesmal stellen wir einen Roller vor von einem alten Bekannten von Jürgen Posch. Ja ich bin Jürgen Posch von Posch Performance. Ich habe so den ein oder anderen Custom Roller schon mal gebaut. Diesen hier jetzt eben auch und eben mit einem Kompressor drauf, was das Besondere an der Kiste ist. Das ist ja eigentlich eine relativ normale blaue PX vom Weiten, aber wenn man näher dran geht, sieht man, dass hier ziemlich auffällig die Wacke ausgeschnitten ist. Was hast du da alles verbaut? Also im Prinzip ist das ein BFA Motor mit 306 Kubik BFA Zylinder. Da kam jetzt eben ein Kompressor drauf mit einem 38er Mikuni Vergaser. Wollte mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Also ein Kompressor verdichtet die Ansaugluft und bringt dadurch mehr Luft, Sauerstoff, Benzingemisch in den Zylinder hoffentlich rein. Genau und dadurch steigert er die Leistung und sowas auf einen alten Roller zu bauen ist wahnsinnig aufwendig. Wie hast du das gemacht? Also im Prinzip habe ich das erst mal aufgebaut auf dem Motorständer, habe das dann mal getestet und ich wollte das aber auch in das Chassis dann reinbauen. Deswegen habe ich mir dann auch den Rahmen da gekauft für wenig Geld. Habe dann das probiert, so einigermaßen unterzubekommen, dass man auch dann eben auch die Backe drauf machen kann. Das passt natürlich nicht gut. Deswegen muss man auch ein bisschen was ausschneiden. Also ich kann die Backe auch gern abnehmen, dann ziehen wir es vielleicht auch noch mal ein bisschen besser. Okay, nehmen wir die Backe ab. Also jetzt haben wir freien Blick auf den Motor und du hast hier verschiedene Rollen, die dazu dienen den Kompressor anzutreiben, richtig? Genau, also angetrieben wird es eigentlich über die Kurbelwelle. Auf die Zündung wurde halt hier das Riemelnrad drauf gemacht. Wir haben eine Übersetzung jetzt, das schaut zwar größer aus, aber das ist eine Übersetzung von eins zu eins. Also in der gleichen Drehzahl, wo der Motor läuft, läuft auch der Kompressor. Der Kompressor fördert 300 Kubik pro Umdrehung, also passend zu dem 300er Zylinder. Also erstmal ist es ja bis dahin schon sehr spektakulär, 300er BFA, da kann man ja schon mal 70 PS rausholen. Wenn man noch einen Kompressor draufschraubt, was denkst du, wo liegst du? Hier in dem System war es bei mir auf dem Prüfstand 72 PS. Wie viel? 72. 72, das ist schon ein sehr guter Wert und wer denkt, das ist ja jetzt schon ziemlich viel und das reicht jetzt auch mal. Es reicht noch nicht ganz, denn Jürgen ist jemand, der sich sehr schnell langweilt anscheinend, weil wenn ich hier mal die Sitzbank aufmache, dann ist da so eine silberne Flasche drin. Jürgen, erzähl doch mal was über diese silberne Flasche. Das ist so eine sogenannte Nassanspritzung. Sogar Nassgit, ja? Ja, also man sieht hier hinten im Ansaugtrakt, sind die Düsen verbaut. Also ich spritze gleichzeitig mit der Benzimpumpe Sprit ein und Lachgas. Also könnte auch sein, dass der Motor in Flammen aufgeht oder explodiert, ich weiß es nicht. Also Jürgen, ich muss schon sagen, das ist Wahnsinn. Also ein Kompressor da drauf zu bauen ist Wahnsinn und dann auch noch Lachgas. Ich bin wirklich gespannt auf morgen, was passiert. Ich auch, ja. Vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem. Und halt uns auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Danke.